Ey! Für Livia könnte es auch ein Traumsommer werden, denn in zwei Wochen wissen wir, was wir schon ziemlich sicher erwarten. Nämlich, dass sie an die EM fahren. Wie fühlt sich das an? Mega! Also, ich freue mich mega auf die EM. Ich glaube, das ist ein Traum von jedem. Bei jedem, der Postbox spielt. Sorry, nur noch die Frage. Nein, mach. Aber Spiel auf mir. Ja. Sorry. Alles klar. Also.